Ich versteh's ja nicht. Letztes Mal war der Ton irgendwie ein bisschen scheiße, heute ist er wieder normal. Irgendwo ist doch da der Wurm drin. Wie man sehen kann, stand ich immer noch auf derselben Stelle wie ich letztes Mal aufgehört hab. Sagt man das so? Geiler, geiler Deutsch, kauf dir mal einen Tüten davon. Ja, nichts getan. Und ich weiß auch nicht, was wir tun heute. Ich könnte mal ein bisschen ernten gehen, dazu hab ich die Felder, ja. Und, ähm, ja, machen wir erstmal ein bisschen Kaffee. So, hier einmal die Seite geerntet. Gucken wir doch mal, ob die Farm so effektiv ist, wie sie aussieht. Äh, effizient, nicht effektiv. Ja, sprechen muss man können, das ist, äh, wichtig. Gerade wenn man, äh, Videos aufnimmt, in denen man spricht. So, ähm, haben wir hier nämlich schonmal, oh, schön. So, 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 so. Äh, wie scheiße wird doch keiner sehen. Ja, 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 halt die Klappe. Hm, wir haben hier auch nochmal weiter, ne? Baumwolle. Kann man wahrscheinlich auch für irgendwas sinnvoll gebrauchen, tatsächlich. Äh, kann auch einfach Wolle draus machen. Dazu ist die Farm hier aber noch ein bisschen so klein, als wenn sie das wirklich lohnen würde. Hm, aber auch hier. Kurz einfach mal eingepflanzt. Die Seite genauso. Hm. Ja, das ist wieder ein total spannendes Let's Play heute. Äh, herzlich willkommen zum Landwirtschaftensimulator 2015 in Blockoptik. Ähm. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Ähm, das kommt erstmal alles runter hier, da brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Mal hier mal weitermachen. So. Hier einmal rum. Mal hier war zu wenig Platz, ne? Hier ist nur eine Hälfte mit Karotten und die andere, äh, ich glaube Meloden waren das. Oder Kürbisse, ne? So, pflanzen wir hier auch mal wieder ein Teil ein. So, die kann man inzwischen auch vernünftig essen. Übrigens, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, dass, ähm, oder mein, äh, Fork, den ich, ups, den ich erstellt habe von dem Mod, um das Essen hinzuzufügen oder das Energie auffüllen durch Essen. Äh, der ist inzwischen angenommen worden, integriert worden. Und, äh, seitdem kann man hier essen und die Energie auch wieder auffüllen. War tatsächlich soweit alles schon vorbereitet in der Mod auch drin. Das ging auch alle schon zwar halt nur nicht, äh, hinzugefügt. So, ähm, Moment. Opsa. Hier, das wollte ich hier nach unten tun. So. Geht's hier weiter. Schön Rhabarber. Rhabarber, Barbara, aus der Rhabarber, Barbara, Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Äh, oder so ähnlich. Äh, das ist da Bescheid, ne? Äh, so, ähm, geplant ist heute, wie man sehen kann, mal wieder nichts. Weil, ist so. Ähm, ich farm hier erstmal munter zu Ende und, äh, dann, ja. Ich wollte irgendwann mal was mit Redstone machen. Äh, Redstone, nein. Redstone war das andere Zeug. Ähm, Mesikons. Äh, allerdings, äh, wollte ich da nicht ganz unvorbereitet rangehen. Hab mich dann mal auf, äh, YouTube ein bisschen umgeguckt und hab dabei festgestellt, dass, äh, leider, muss ich sagen, sämtliche, äh, Mesikon-Videos entweder absolut, Entschuldigung, scheiße sind oder halt, äh, doch relativ alt. Das bedeutet, äh, wir brauchen mehr Mesikon-Videos und Tutorials. Äh, weil, ist so. Opsa. Ähm. So. Ein paar Blaubeeren, Erden, Hallouiner. Und, äh, ja, müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Weil, äh, ich probiere sonst einfach gleich mal ein bisschen rum. Das wäre doch auch mal eine Idee, oder? Nicht, dass ihr mir jetzt spontan antworten könntet, aber, äh, ihr habt ja gar keine Wahl. Ihr müsst einfach sehen, was ich mache. Hier, hier, hier. Wieder ein bisschen ernst werden. Weil, Landwirtschaft ist eine ernste Angelegenheit. Äh, nicht nur, weil der Bauer so heißt, sondern, weil es sehr wichtig ist, dass man dabei ernst bleibt. Äh, äh, ich weiß immer nicht ernst. Halt die Fresse. Okay. Ähm, so. Diese Seite haben wir gleich nochmal mit hier. Das Feld mal ein bisschen brach liegen lassen, bevor dann da wieder nachgeerntet wird. Äh, nachgeerntet. Nachgepflanzt wird. Und dann gucken wir mal. Ähm, 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 total spannend. Ja, und die Nachbarn sind wieder draußen am rumbegrüllen, wie immer. Äh, hier rein. Hier rein. Ähm. Ähm, ich sollte vielleicht die Samen mal hier nach hinten auf die Seite tun, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen übersichtlicher. So. Äh. Dann kann man nämlich hier das gute Zeug reintun und äh, ähm, so. Diesen Arm dann nach hinten. Irgendwohin. Man merkt, ich bin, äh, super konzentriert und super vorbereitet und, äh, super koordiniert und organisiert und, äh, was es noch alles mit Nier am Ende gibt. Weil, ist so. Guck mal hier. Zack. Äh, Werkzeug da unten hin. Da-ding, 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 oh, ich hab noch ein Bett dabei. Und einen Schrank hab ich auch noch dabei. Ja, ich lauf mit dem Schrank durch die Gegend. Läuft. Ähm. Es wird schon wieder Nacht. Hier, meine Kätzchen sind übrigens wieder da. Alle drei. Äh, ich hab aber nichts gemacht. Die sind plötzlich wieder aufgetaucht. Und man sieht jetzt, wo das gefixt ist, äh, ich hab sie ja wieder beleuchtet von oben. Na, weil eigentlich sind die nicht beleuchtet. Mh, zumindest nicht im normalen, äh, Spiel in Kabul waren sie, glaub ich, beleuchtet. Aber ich fand das halt cool und hab die dann wieder neu beleuchtet. So. Äh, dann... Moment, ich wollte irgendwas wegtun oder holen. Nein. Ich wollte ins Haus laufen. Ja. Ja. So. Äh. Erstmal Tür zu. Zack. Hier auch Tür zu. Zack. Dann hier, ähm... Aber irgendwas... Ja, hier brennen wir mal irgendwas. Das holen wir mal raus hier. Und... Da... Da... Ja... Wo auch immer... Hab ich denn nicht irgendwie eine... Hab ich nicht. Ah. Gut zu wissen. Ähm. Ich denk mal, da machen wir hier mal eine. So. So. Ein bisschen wertvolles Zeug wegtun. Gold muss noch gebrannt werden. Gold muss noch gebrannt werden. Silber muss noch gebrannt werden. Eisen muss noch gebrannt werden. Jetzt hab ich die mitgenommen. Ähm... Ähm... Das war ja die Kiste hier. Da... Äh... Noch immer. Äh... 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 Ähm... Ja... Dann war das... Ähm... Ähm... Ne, die müssen gebrannt werden. So war das, glaube ich. Die hier? Nein? Doch? Was denn nun? Diese. Genau. So. Ähm... Ja... Das geht mit den Großen nicht. Das ist richtig. Äh... Die Geformten können das nicht. So. Ah... Gibt's zumindest ein paar von. Das ist ganz gut. Dann machen wir hier doch gleich mal alle irgendwie. So. Dann hab ich ein bisschen Mese. Und dann können wir gleich mal gucken, was wir damit machen. Das hat aber auch gedauert. Währenddessen war ich nochmal kacken. Nein. Äh... Äh... Nein, war ich nicht. Ähm... So. Dann. Jetzt müssen wir doch gleich mal gucken. Ich weiß nämlich gar nichts über Mese. Äh... Was brauchen wir denn? Auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall, ähm... Mehr Mese-Korns haben wir jetzt. Mese-Korn-Fackeln. Ja, Stick. Und das krieg ich, glaub ich, hin. Weil ich kein Holz dabei hab. Krieg ich's nicht hin. Aha. Ja, nein, natürlich hab ich auch... Nein, natürlich nicht. Natürlich. Nehmen wir mal drei mit. Und dann mach ich mir nämlich gleich mal eine. Gut. Dann zurück, äh... Zum Häuschen. Aua. Upsa. So. Apropos Aua. Ich hab, äh... Vorhin was zu essen gemacht. Hab dann Kartoffeln mit der Reibe geschnitten. Hab mir erstmal schön den halben Daumen abgesäbelt. Nein, ähm... Ähm... Aber sah schon relativ... Hat auch ein bisschen geblutet und so. Ähm... Ja, muss mal durch, ne? So. Guck hier, guck hier. Und, äh... Jetzt haben wir... Mese-Korn-Dinger. Es leuchtet. Es leuchtet. Das ist... Das ist jetzt wieder aus, oder? Ist das jetzt wieder... Jo, also Performance ist nicht so geil, ne? Wisst ihr selber. Ähm... Gut. Dann such ich mir mal ein ruhiges Fleckchen. Ähm... Nein, ich brauch ja noch mehr. Ähm... Was brauchen wir denn noch? Mh... Gut. Schalter würde ich wahrscheinlich so hinkriegen, wenn der, äh... So geht, wie in diesem anderen Spiel, ist das ja relativ leicht. Nein, geht er natürlich nicht. Ha, wir sind Meintest. Wir müssen was Besonderes sein. Ähm... Brauch ich nicht. So. Ähm... Sticky Moon... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm... Ähm... Ja... Ähm... Guck mal hier. Silik... Ja, das war ja irgendwie Silikon und so, ne? Silikon war... Ne... Silikon war Silizium. So war das. Äh... Ja, das kriege ich, glaube ich, zusammen, das Rezept. Dazu... Ja, ja, ja. Eisenkiste hier. Ähm... Ich denke mal, von diesem Silikon... Äh... Silizium Zeugel brauche ich so oder so so ein bisschen was. Deswegen... Wollen wir hier mal ein bisschen was machen. Dann brauchen wir eine Schaufel. Und nun brauchen wir eine Wüste. Hm, verdammt. Wo kriege ich eine Wüste her? Ich denke, hier hinten wird eine Wüste sein. Ich laufe mal schnell rüber. Ähm... Ja... Ach, guck, wie überraschend. Eine Wüste. Wo kommt sie bloß her? Ich weiß es nicht. Ich habe sie das erste Mal gesehen heute. Hm, eine Wüste. Ich glaube, ich brauche Sand. Ich werde mal ein bisschen Sand abbauen. Hurra, es funktioniert sogar. Ja, ähm... Sand abbauen geht immer relativ schnell. Deswegen brauche ich da gar nicht so lange mich mit aufzuhalten. Aufzuhalten, um genau zu sein. Ne? Hier? Ja, 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 ja. Das reicht wahrscheinlich schon, um... Wirklich komplett einmal... Ähm... Zwölf, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und... Wölf. Hallo! So, da habe ich jetzt auch genug von. Wahrscheinlich nicht. Deswegen, äh... Ja gut, Sand habe ich noch da. Ich glaube, ich nehme auch noch ein bisschen Sand mit. Man weiß ja nie. Vielleicht brauche ich auch noch mal ein bisschen was anderes. Außer mich die Schaufel kaputt machen. So. Du. Hey. Ach ne, ich kann nicht immer da schaufeln auch, ne? Monster weggegraben. Lol. Roffel, du hast lol gesagt. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? So. Also, ein bisschen Sand. Ein bisschen mehr Sand. Mehr Sand? Geil. Nass. Ja. Deine Mutter ist auch nass. Was hast du mit meiner Mutter gesagt? Ja. Äh, so, so, zack, hier weg und zack und, äh, weg und weg und weg und weg. Oh, ein Loch. Höh, ein Loch gesagt. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch genug davon, weil, ähm, obwohl andererseits könnt ihr auch einen Stack voll machen, oder? Was haben wir denn hier? Äh, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ich habe nicht mitgezählt, scheißegal. Wir nehmen einfach mal ein bisschen mit, das wird schon hinkommen. Hm, 77, okay, da brauche ich noch ein bisschen was. Viel zu viel. Siehste, viel zu viel. Den werde ich einfach mal wieder hinpflanzen, den Sand. Und zwar, ähm, in die Löcher hier. Äh, Sand in den Löchern. Ja. So, ab nach Hause. Ich könnte natürlich auch Home benutzen und würde damit wahrscheinlich weniger in meinem Leben riskieren. Aber, hey, ich kenne den Weg ja inzwischen. Uh, so. Gut, dann, ähm, habe ich ein bisschen Sand für später mal? Ne, ich könnte den ja eigentlich mal in die Sandkiste tun. So. Ähm, waren die nicht mal? Ich wollte gerade sagen, Kobbel und Sand. Ich hätte natürlich auch einfach reingucken können, aber es wäre ja langweilig gewesen. So. Sand ist verstaut. Die, eh, Erde. Moment. Erde. Kommt hier rein. Dann, so, Mesekons habe ich. Sand habe ich vergetan, weil Silizium habe ich jetzt. Ähm, wozu brauchte ich jetzt nochmal Silizium? Ach, ne, Silizium brauchte ich für das Ding hier, wa? Das, äh, gibt es mir jetzt nicht mehr. Da, 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 da. Okay. Mh. Da, da, da. Und da. Ah. So, wie sieht das aus? Scheiße. Das ist nicht schön. Finde ich nicht toll. Ist nicht so hübsch. Und damit kann ich jetzt, äh, Dingsen hier und, ähm, mir hier, guck mal, hier mal anschließen. Mh. Oh, hier und, hier und, äh. Ja, scheiß drauf. Muss nicht connected sein. Aha. Was habe ich da jetzt hier? Und wenn man hier was rein tut. Ja. Was habe ich denn da jetzt überhaupt gebaut? Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet, was das war. Ein Endgate. Das heißt, ich brauche zwei Eingänge. Mh. Dann machen wir mal zwei Eingänge. Pass mal auf hier. Ähm. Dahin. Ah, okay. Dann sind das, äh, das sind, äh, okay, dann sind das die Eingänge und das ist der Ausgang. So, dann haben wir hier, äh, zwei Eingänge. Und dann haben wir hier einmal. Pass mal auf, das ist jetzt hier, äh, Logik-Schulung. Bei einem Endgate müssen beide Eingänge, äh, Energie haben, damit da was rauskommt. Guck. Wollen wir den jetzt hier wegmachen? Oh, da ist er aus. Einer reicht nicht. Ne? Beide reichen, ist klar. Und dann haben wir hier, zack. Zack. Und dann haben wir hier nämlich Energie. Und ich denke mal, die Fackeln hier, ach nee, die Fackeln hier, das geht ja anders als in dem anderen Spiel. Mh. Aber so 2D-Fackeln, ich finde das hässlich mit den 2D-Fackeln. Aber gut. Äh, so, also Endgate, dann, äh, ne, ich lasse das mal da, dann haben wir das nämlich schon mal fertig. Dann brauchen wir mal hier, das kommt weg. Zack. Eine Diode, äh, eine Diode ist, äh, ein interessantes Gerät. Pass mal auf. Ähm, gut. Die kriege ich auch hin. Ähm, Diode hier, da, da und, da und da. Und wo ich gerade schon mal drin bin, mache ich mir gleich mal ein paar, ein paar Fackeln. So. Ähm, so, pass mal auf. Hier, Diode ist auch schön. Ähm, was, was, wir nehmen das mal einfach hier. Ne, wir machen, äh, komm, wir machen, wir machen neu. Sorry, wir bauen das jetzt mal und machen mal neu hier. Zack. So. Also. Weg, 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 weg. Hö, der Strecke ist weg. Ja, keine illegale Prostitution mehr. Also, Diode hier, zack. Guck hier, ähm, da haben wir hier einen und, äh, hier einen. So, wenn ich jetzt hier, mh, äh, so rum war das. Hier, da geht er hier, der Strom geht hier durch. und kommt hier raus. Wenn ich jetzt von der anderen Seite Strom reingehe, der wird gestoppt. Weil, äh, Diode lässt den Strom nur in eine Richtung durch. Hier, guck, hier ist, äh, Linie ist hier zu und hier geht's rein und der Strom geht nur bis da und, äh, von der anderen Seite, pam, geht er durch. Dann ist die Diode auch an und leuchtet und man kann hier dann auch, äh, könnte man eigentlich rein theoretisch. Aber gut. Ich hab nichts gesagt, ähm, also, Diode auch klar, ne? So, pass mal auf. Nehmen wir mal hier nächstes. Zack. So, nächstes ist hier, äh, ein, äh, ein, äh, ein Nandgate. Ein Nandgate? Äh, Nandgate. So, das geht. Ja, krieg ich hin. Äh, dahin, dahin, dahin. Äh, hier, ne? Ein Nandgate. Pass mal auf. Nandgate? Pam. Nandgate ist erstmal, klar, leuchtet jetzt. Klick gleich, warum. Ich verkabel das erstmal und dann sag ich dir, dass dir das geht. Also. Na, na, na. Ein Nandgate. Ein Nandgate ist immer dann an, zack, wenn nur einer von beiden ein Signal bekommt. Wenn jetzt beide ein Signal bekommen, ist es aus, weil es leuchten jetzt, sie haben jetzt beide ein gängiges Signal. Und das Nandgate geht immer nur dann an, wenn nicht beide ein Signal haben. in dem Fall. So. Und in dem Fall. So. Jetzt haben sie beide kein Signal, das Ding ist an. Jetzt hat einer ein Signal. Klar, das Ding ist an, weil es haben nicht beide ein Signal. Ups. Wenn beide ein Signal haben, dann ist es aus. Warum das jetzt hier so komisch aussieht. Nandgate. äh, Misekons sind ein bisschen verpackt, aber, äh, das logisch funktioniert. Beide haben ein Signal, das Ding ist aus. Einer hat ein Signal, das Ding ist an. Und keiner hat ein Signal, das Ding ist auch an. So. Also, Nandgate, auch klar. Gut, nächstes. So. Ähm. Ein Nodgate. Äh, sagt der Name ja eigentlich schon, oder? Wir bauen es mal trotzdem, wir müssen uns ja an der Ordnung halten. Das kriege ich hin. Nodgate, zack, zack, zack. Nodgate ist eigentlich nichts weiter als ein einfacher Name oder ein komplizierter Name für einen Repeater. Äh, Repeater sag ich schon. Äh, für einen Inverter. Weil, weil das Ding Signal bekommt, ist es aus. Wenn es kein Signal bekommt, ist es an. Nodgate. Kann man, äh, in einem anderen Spiel auch einfach nachbauen. Warum hab ich eigentlich keine... Hier hab ich hier ein Essen. Und ein Schlückchen trinken. So. Also, Nodgate, äh, nicht der Rede wird. Dann, ein XOR. Guck mal hier, XOR. Krieg ich hin. Äh, zack, 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 zack. XOR. So. XOR ist, äh, ich verkabel das mal eben, dann sag ich dir, wie das geht. Oh, wir haben hier, hier, hier. Also. Na? Hat ein Signal? Beide an, kein Signal. Eins aus, Signal. Also entweder nur das eine, oder nur das andere. Ne? Hat ein bisschen was, ähm, von dem hier. das, hier mal eben, daneben setzen. Äh, hier hin. Allerdings, es ist ein bisschen anders. Ja. Also. Wir machen das mal, bauen das mal gleich. Pass mal auf. Signal. Signal. Beide an, kein Signal. Beide an, kein Signal. Beide aus. Beide aus. Signal. Kein Signal. Hier kommt es nur drauf an, bei dem Gate, dass, äh, die unterschiedlich sind. Es ist aber immer an, wenn, äh, kein Signal da ist. Hier ist es so. Beide müssen unterschiedlich sein. Es ist aber aus, wenn, kein Signal da ist. Ne? Ein kleiner, aber fahrender Unterschied. Das sollte man nicht, äh, verrücksichtigen. Äh, vernachlässigen. Gut. Äh, so, dann, zack, zack, zack. Den Vorplatz wieder aufgeräumt. Haben wir noch irgendwas gehabt? Ne? Äh, haben wir soweit alles durch? Da, denke ich mal, kann man dann ein Delayer. Ja, gut, okay, sagt der Name ja schon, was das macht. Ne? Das verzögert halt. Äh, kriege ich hin. Oder, kriege ich nicht hin? Habe ich keinen, äh, hole ich jetzt aber auch nicht. Ähm, so. Zack, ich setze die einfach mal alle hier hin. Dann haben wir sie alle mal da. Zack. Die Diode ist jetzt übrigens an, weil, ja, nicht vergessen, jetzt kein Signal bekommt und so weiter. So. Und so. Also, da haben wir jetzt mal alle zusammen, alle wichtigen Elemente. Verkabeln wir das mal eben hier schön. Hier, die haben keinen seitlichen Eingang, die haben seitlichen Eingang. So. Das sorgt jetzt wahrscheinlich dafür, dass das unendlich viel leckt und daher wahrscheinlich irgendwann die Aufnahme abstürzt. Nein. Keine Sorge, passiert nichts. Äh, ich habe auch noch keinen Strom zugefügt. Ich mache das jetzt einfach mal hier, Pläglicht an. Äh. Ja. Hier. Und hier. So. Dann ist jetzt alles wunderschön beleuchtet und, äh, der Strich wird immer breiter. Nächstes Mal, mache ich dann damit vielleicht auch mal was Vernünftiges. Ansonsten sollte es das für diese Folge gewesen sein. Äh, teilt die Blogliebe und, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschöö! Tschöö! Tschöö, Tschöö! Vielen Dank.